Und damit möchte ich euch alle herzlich willkommen heißen, hier in der dritten Welt von Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Ihr wisst Bescheid. Guys, heute starten wir direkt in die Welt, nachdem wir beim letzten Mal Welt 2 komplett fertig gemacht haben. 3-1, Preripolka, musikalisch das beste Level im Spiel. Nein, nein, ich bin so hyped. Ihr müsst es, hört einfach, hört einfach. Ich möchte eigentlich nicht dazwischen, hört einfach. Aber leider trotzdem dazwischen. Ich werde aber, wenn ich daran denke, die Musik im Hintergrund auf jeden Fall lauter machen. Das ist so cool. Es ist so schön. Es tut mir leid. Ich kann nicht dazwischen reden. Es geht nicht. Das ist halt so krass von der Musik her. Ich finde, das ist so genial. Das passt halt so gut. Diese afrikanisch angehauchte Welt. Es ist so cool. Savanne, Warm, Sonne, was auch immer. Es ist so cool. Hier kommt ein Erdmännchen aus dem Boden raus. Es ist so schön. Es ist so unfassbar schön. Es ist so perfekt. Ich weiß aber nicht, dass ich sterben möchte. Ich habe doch... Hallo? Ich dachte, man kann da auch mit Cranky... Doch, kann man doch. Ah, skurril. Doch, scheint immer zu gehen. Wie hat das gerade nicht funktioniert? Er fährt wieder nach oben. Ja. Ich bin hier oben lang. Es ist so schön. Oh, hier kann man nach oben links. Da ist ein Puzzleteil drin. Also Cranky macht doch manchmal seinen Pogo-Stab. Ich benutze den Cranky einfach nie wieder. Boom. Okay. Es ist so geisteskrank. Es ist so geisteskrank. Es macht so Spaß. Ich will, dass es... Ach du Mann. Eigentlich am schlauesten wäre es, glaube ich, so. Ich kann nochmal zurückgehen. Ja, ja, ja. Ich will, dass es niemals aufhört, dieses Level. Dieses Level ist viel zu kurz. Da sehe ich doch was. Unser Stück tiefer, glaube ich. Ja. Wunderbar. Das... Oh. Kommt in unsere Tasche. Versteht ihr? Wingen. Reden wir nicht drüber. Oh. Ich will hier nicht reden. Ich will nicht. Wir wechseln direkt mal. Auf jemanden sinnvollen. Oh. Wie kommt man da hoch? Vielleicht so? Ja. Das N ist... unserer... Tasche. Nichts? Okay. Wie heißen die? Baobab-Bäume oder so heißen die nicht? Ich glaube. Ich weiß es nicht. Zack. Oh. Eins. Oh, nee. Oh, das Timing war... sehr angenehm. Zack. Oh, drüber hier. Und dann dieses... Ja, 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 ja. Ich finde, das passt so gut. Das ist so krass. Das soll ein Schlang sein, habe ich recht? Ich denke mal schon. Okay. Okay. Und hierhin. Ne, doch hierbleiben. Ich gehe immer zu den Coins. Ich glaube, das ist richtig. Ja. Guys, guys. Listen. Listen to this. Listen. Es ist zu perfekt. Es ist zu perfekt. Dieses Donkey Kong Abschluss. Es ist geisteskrank. Guys, eure Meinung zu dem Level bitte in die Kommentare. Ich finde das Level geisteskrank, innovativ. Ich finde es mega, mega krass einfach. Gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich finde es einfach cool. Ich finde es cool. So. Wir kommen jetzt aber leider weg von da. 3, 2. Baobab-Boogie. Baobab. So heißen die Bäume. Ich wusste es. Habe ich jetzt 17 Semester in Afrika. War ich. Habe da Bäume angeguckt. Um mir zu merken. Ah, das sind die Baobab-Bäume. Hm. Hm. Und das ist der Baobab-Boogie. Los. Tanzt mit mir den Baobab-Boogie. Oh yeah. Ja. Au. Okay. Okay, die Blumen biegen sich. Oh, da kommen so, 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 so Bären runter. Ist ein bisschen groß für eine Bäre, aber ich glaube, es soll ein Bären. Oh, die, die geht jetzt in die andere Richtung. Das ist, oh nein. Ah, die geht in die Richtung, wo wir eher stehen. Wenn wir eher links stehen, dann fährt die nach links. Und wenn wir, ja. Wuhu. Wuhu. Tag, das K- und das Puzzleteil, das hier gespawnt ist, nehmen wir natürlich mit. So, kann ich wieder mehr reden. Hier kommen uns diese, ich denke, kann man die essen? Gibt es Experten unter euch, die sich auskennen? Tag. So. Einmal hier hin. Hier hin. Oh, da brauchen wir was zum Gegenwerfen. Wir nehmen einfach das Pass hier oben, wo uns die Pixie... Nee, 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 nee. Ganz jetzt spart, ich will hier keine Eule treffen. Not so schön jetzt. Egal. Wie gesagt, die Puzzleteile holen wir ja nicht alle. So. Ich glaube, es ist nur eine Vermutung, dass wir nach hier unten müssen. Ein wunderbarer Checkpoint. Eine Bein. Ein Herz, was wir nicht brauchen. Oh, und das O. O und das O. Versteht ihr wegen... Wie soll ich nach da oben kommen? Von der anderen Seite, von hier. Das ist mein Guess. Let's go. Wir brauchen eigentlich kein Fass, deswegen nehme ich es auch nicht mit, weil wir es eh nicht bis hier überkriegen. Das fährt uns nach rechts. Wunderbar schön Fass hin. Alles klar. Man hätte warten müssen, bis der aus ist. Die brennen nämlich immer nur einen kurzen Moment tatsächlich. Dann gehen die wieder aus. Ja, da hätte ich warten müssen. Entschuldige. Er ist der Main-Charakter. Wie kann denn ein Gegner so unterhaltsam sein? Wie? Warum? Ich feiere das. Ach ja. Oh, da links kommt was runter. Oh, bitte sagt mir nicht, dass ich die alle einsammeln muss. Denn es wird jetzt schon... Ja, vorbei. Okay. We tried so hard and didn't even got far. Ja, komm, wir wechseln mal auf Didi. Wir können ja hier nicht immer... Schaut euch das an. Schaut euch das an. Da kommt ein Fluss hinten. Und natürlich ist der Fluss dann hier vorne bei uns. Das ist so krass. Dieses Spiel ist so hunderttausende Level deep. Das ist so krass. Ich kenne kein Spiel, was das so perfekt macht. Außer Donkey Kong. Donkey Kong ist einfach... Ein Kritikpunkt an dem Spiel. Außer, dass es zu kurz ist. Ein Kritikpunkt. Los. Vielleicht diese riesengroße Frucht. Das ist mein Kritikpunkt gerade. Mein einziger. Dass ich mit der Frucht eigentlich nichts zu... ...zu tun haben möchte. Okay, das ist zeitlich. Ja, es ist sie entspannt. Wum... ...nach oben. Nehmt. Hier in dieses Pass. Und wir nehmen den Ballon mit. Ganz genau. Ballons esse ich gerne zum Frühstück. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr aus dem Spiel zum Frühstück essen würdet. Vielleicht so eine Frucht, wenn man die essen kann. Würde ich die bestimmt mal probieren. Baobab. Klingt auch cool, das Wort Baobab. Ich mag das Wort. So, jetzt kommt aber erstmal... Zamba, Zamba, Ramba, Zamba im Sturm. Hm. Hm. Das sieht doch... ...bisschen stürmisch aus. Ist meine fachmännische Einschätzung. Ich als anerkannter Sturm-Inspektor, ja. Sehe das natürlich sofort. Ja. Hier stürmt es. Hier haben wir sogar sogenannte Wirbelstürme. Die entstehen ja, jetzt kommt der Wissende. Wenn Wind sich im Kreis dreht. Danke mir später für diese wertvollen Informationen. Wie kriegen wir Didi nochmal? Okay. Können. Und Rambi? Das sehe ich an dem Stein. Mit dem Herz. Ja. Okay. Fliegen ist mit Rambi. Nicht so... Oh, hier ist sogar ein Bonus-Ram. Bei den Take-Way ist es wieder der... Nee, es ist ein anderer, aber halt auch nicht wirklich was... ...pass neu. Okay. Ich mag die Bonus-Räume. Ich finde sie cool, so kurz für zwischendurch. Aber klar, natürlich ist es eintönig. So ist ja nicht. Da sind wir uns hoffentlich auch alle einig, ja. Also. Wir nehmen sie trotzdem mit, wenn wir sie schon finden. Oh. Imagine. Kann. Natürlich kann. Es ist der einzig wahre Rambi. Er hat das... Er hat das... Rambo-Game studiert. Äh. Die Richtung. Ja, let's go. Ah, die Stürme drehen sich auch in die Richtung hin, in die wir rausgeworfen werden. Oh, so kann man das bestimmt ein bisschen einschätzen. Das ist ja cool. Hallo? In meinem Vertrag steht nichts drin von... Jo, du wirst jetzt von Blitzen getroffen. So, er schleudert uns nach rechts. Ja, ja, ja. Okay. Nein, Rambi. Rambi. Oh mein Gott. Das ist tatsächlich was, was man tun kann. Man kann, glaube ich, soviel ich weiß, passt alle Rambi-Level, außer das letzte, glaube ich, ohne Rambi spielen. Ist das nicht krass, dass das geht? Hier wird bestimmt gleich ein Buchstabe geflogen kommen. Ich calle es. He, he. Ihr könnt wirklich legit jedes Rambi-Level, außer das letzte, ohne Rambi machen. Und ich mag die Idee dahinter, das als Zusatz-Challenge. Das können wir vielleicht nochmal am Ende des Projekts machen. Dass wir nochmal alle Level ohne Rambi spielen. Also die, die auch gehen. Wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr das ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Und jetzt haben wir Rambi sowieso nicht mehr. Müssen wir das sowieso tun. Oh mein Gott. Ja, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber immerhin. Der ist ja Bonus, also dann wollte ich es ja doch. Okay, es ist der Bonus, den kennen wir schon. Es gibt sehr viele verschiedene Boni, die sich dann aber leider auch wiederholen. Entschuldigung, es gibt sehr viele Bonusse. Die kann ich dann auch wiederholen. Mir ist so leid. Ja, es gibt schon verschiedene, aber sie wiederholen sich halt trotzdem. Wenn es jedes Mal Custom-Bonus geben würde, Das wäre Geistes. Das wäre Geistes. Ich würde das so feiern. Feiern wie Geburtstage. Wir kommen hier wieder raus. Hier waren wir gerade eben schon. Denn hier ist das Dixi-Pass, mit dem ich mich doch sicher fühle. Oh, guck mal! Da ist er wie... Da war er wieder. Hier müssen wir uns einmal treffen lassen. Weiter feuern. Und dann einfach nur noch ins Ziel. Oh, hier kommen Blitze! Das war schon... Das war knapp. Das war ganz schön knapp. Ja, soll vorkommen. War angenehm. Wir können ja nochmal in Funky Scrim Scrums Kiste reingucken, ob der irgendwie was Spannendes hat. Ich glaube aber, das verändert sich gar nicht. Okay, ja. Entschuldigung, Kollege, ich bin ja schon wieder weg. Sorry, Entschuldigung. Entschuldigung. Schönen Tag noch. Ja, wir sehen uns dann bald. Ja, bestimmt. So, Feuer. Wasser. Limbo. Feuer und Wasser sind ja immer so Dinge, die sehr schön zusammen spielen können. Aber halt auch schwer sein können. Wir werden sehen. No! Jetzt brennt das hier alles. Och, nee. Oh, oh. Oh. Okay. Aber ich weiß, was zu tun ist. Feuerwehrmann K-Storm ist euer Mann. Der kümmert sich hier darum. Oh, das wird zu Asche und dann verdammt. Wie cool. Wo? Doch bitte weg. Hallo? Warum? Nee, ich will eigentlich bei Dix bleiben. Dixi ist schon eigentlich unser Way to go. In 90% der Fälle. Ist so meine Vermutung. Hat das? Das hat er war. Eins, zwei, drei. Hier gab es eine Banane für. Ist doch gar kein Stress. Er fliegt da lang. Oh, schaut mal, wie das anfängt zu verbrennen. Seht ihr das? Die Blätter unter uns. Das ist so. Es ist so genial. Ich mag das so sehr, wenn das halt nicht so eintönig ist, sondern so abwechslungsreich. Und wenn Dinge passieren, die dem normalen Hans Fritzke gar nicht auffallen. Apropos Hans Fritzke. Boah, ich war letztens auf Instagram. Und da war so ein Beitrag. Dann möge es glauben oder nicht, da stand drin, dass ein Usual-PC 200 Watt verbraucht. Und dann stand da drin, wie viel das in der Stunde kostet. So mäßig so auf Joke Angst machen. Ja, wegen den Strompreisen. Und ich hab halt geschrieben, yo, also ich hab, mein PC verbrauch halt 1500 Watt, weil ich hab ja das neue Netzteil schon drin. Wegen. Und dann kam da Hans Fritzke angestellt. Ja, also ich bezweifle mal, dass du 2,40,90 hast und 5 Monitore. Um 1500 Watt zu verbrauchen. Und dann hab ich halt geschrieben, ja, ich meinte das Netzteilkollege, entspann dich. Und er dann so, ja, das, dann verbreitest du in deinem ersten Kommentar Fehlinformationen. Bitte entferne diesen Kommentar. Und jetzt, ja, ruhe jetzt, du erzählst wieder nur Schwachsinn. Es war sehr freundlich auf jeden Fall, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ein Loser. Das ist, der ist so ein 25-Jähriger. Der hat sich grad von seiner Freundin getrennt. An seinem Geburtstag. Die hat extra drauf gewartet. Und natürlich kam dann so ein Kommentar von ihm zurück. Ich hab ihn dann halt freundlich blockiert und bin gegangen. Ah, das war, das war zu funny. Also, come on. Ist das so schlimm, wenn ich sage, 1500 Watt, weil mein Netzteil das halt ist? Also, sorry. Nee. Ach, reden wir nicht drüber. War, war funny. Ich hab Screenshots davon gemacht. War, war zu lustig. War zu lustig. Er war so irgendwie wie der 5-Jährige, aber er war auch erwachsen, weil er hatte Ahnung, weil er muss ja so hobbylos gewesen sein, wie Google zu haben, was man braucht, damit etwas 1500 Watt verbraucht. Und diese 2x4090 und 5 Monitore, 4K-Monitore, oder, ja doch, 4K, glaube ich. Er hat halt recht. Ich hab daraufhin natürlich auch gegoogelt, ob er recht hat, weil ich hab ja genauso wenig Hobbys wie er. Ja. No joke an der Stelle. Er hat halt recht. Ich möchte das bitte rausziehen. Hä? Wie soll ich denn das machen? Das wäre schon jetzt unfair. Okay, hier ist gar kein Wasser. Ja, hä? Wie soll ich denn das anders machen? Niemals, dass das nicht... Ach, Gott. Okay, jetzt aber. Ich hab gar keine Lust, hier zu sterben. So. Oh, durch diese Flammen, die von oben kommen, das macht's nicht einfacher. Ich hätt ganz gerne Item wieder. Wie lange muss ich hier noch... Ich hab da unten den Buchstaben gesehen. Alles klar. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Ende der Welt ist nah. Ja, und er ballert jetzt noch hier mit Feuer, oder was? Oh, hier ducken ist, glaube ich... Nein! Oh! Ja! Ja! Ja, ui! Okay. Das ist die Rettung des Jahrtausends. So. Hier ist doch jetzt ein Fass oder sowas drin. Nee. Ah! Nee, 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 durch. Oh mein Gott, das war so dumm. Oh, da ist ein Bonus. Ich glaub, da ist ein Bonus. Wenn ich das richtig schmecke, dann ist hier ein Bonus drin. Okay. Okay. Uh! Kann man machen? Hab schon Angenehmeres gesehen. Ähm, nee, wir machen erst mal weiter. Oh nein. Oh nein. Oh, ganz schlechter Run bisher. Aber trotzdem geschafft. Neun Sekunden übrig. Du hast doch okay. Wenn ich bedenke, manche Leute geht da wirklich die Zeit aus. Da fühle ich mich dann doch wieder krass. So. Ich schätze mal, hier brennt ein bisschen was. Aber das ist ja nicht schlimm. Oh, das ist so schade. Ja, diese schönen Bäume. Okay, aber wir sind... Das war völlig fein. Haben wir alle K und NGs? Ich weiß es gar nicht. Ich hab darauf jetzt gar nicht geachtet. Aber natürlich... Der Profi-Gamer. Der Profi-Gamer. So muss das. Und wir kommen direkt zum nächsten... Heute sind die Däfel kürzer, aber schöner, ästhetischer. Kommen wir direkt zu Raketenfass Rock. Ja, Raketenfass. Ich weiß, worauf das hinausläuft. Auf einen Raketenfass. Wer hätte es gedacht? Ich weiß nicht, ob ich Bock habe oder lieber nicht. Weil ich kann mich an dieses Level 0 erinnern. Glaub ich. Aber wir werden sehen. Juhu! Genau. So. Ich kann es gerne in dem... Ehrlich sagen. Oh, ist hier im Wasser schon was? Ja, Lüll. Ja, Lüll. Ja, Lüll. Oh, ist aber einer der... Anführungszeichen. Ich nenne sie mal einfacheren Bonus-Räume. Da verstehe ich das Zeitlimit gar nicht. Also hier hast du ja 18 Sekunden Zeit. Was halt legit ewig viel ist dafür. Also... Auch wenn ich mich jetzt nicht perfekt angestellt habe. Stellt euch vor jemandem, stellt sich perfekt an. Der hat ja noch roundabout 15 Sekunden über oder so. Naja. Oh nein! Kann man da nochmal raus? Okay. Nein, kann man nicht. Aber das ist eines der entspannteren Raketen-Level. Weiß ich. Deswegen. Das ist, glaube ich, das. Das habe ich sogar schon mehrmals damageless hinbekommen. Werde ich natürlich heute nicht schaffen. Ich bin in der Aufnahme. Ich bin sowieso nervös. Also, bitte nehmt das alles so. Aber das Herz nehme ich trotzdem mit. Das fühlt sich mal ein bisschen... Ein bisschen rewarding an. Und das hier sind so viele geschenkte Coins. Wenn ihr Coins farmen müsst, dieses Level ist der Way to go. Ihr seht schon, warum. Und das sind halt noch nicht... Alle Coins im Game. Ja, und da habe ich Damage genommen. War so, klar. Gibt es in dem Level nicht ein Secret Exit oder so? Denke ich schon. Können wir einfach darauf achten. Ja, also schaut mal, wie viele Coins es hier gibt. Nehme ich mit? Nehme ich mit? Mal hier unten entlang. Hier auch noch mal eine Coin. Coins zum Frühstück. Ihr wisst Bescheid, meine sehr verehrten Damen und Herren. Oh, ein Herz. Nehme ich mit. Da oben, da oben, da oben. Der ist Secret Exit. Ich habe es doch gecallt. Gut. Holen wir den Secret Exit nachher. Wo führt mich das hin? Auf die andere Seite. Weil ich am Anfang keinen Begleiter mitgenommen habe. Aber warte mal. Das heißt, ich muss das Level ja noch zweimal spielen. Einmal mit Cranky und mit Dixie. Es gibt nämlich, also den Secret Exit konnte ich mich nicht erinnern. Aber es gibt an dem Schluss vom Level, gibt es nochmal einen Secret Exit. Oh no. That meets, ich muss das Level noch zweimal spielen. Also nur ganz kurz. Damit ihr wisst, wo der andere Secret Exit ist. Ich werde es euch zwar gleich zeigen. Aber ähm... Lirly hier unten im Wasser. Bis wir wieder mit Dixie so super krass schwimmen. Um hier reinzukommen. Das heißt, wir machen jetzt einmal mit Cranky und einmal mit Dixie das Ganze. Und holen jetzt erstmal das normale Ziel. Das heißt, es gibt einfach drei Ziele in diesem Level. Wie krass das denn bitte. So, dann holen wir jetzt erstmal Cranky für den ganzen Stuff hier. Ich bin wie der losteste Mensch auf Erden. Einfach an dem ersten Secret Exit vorbeigeflogen, weil ich den komplett vergessen habe. Weil ich mich nur an den erinnern konnte. Aber jetzt machen wir den hier als erstes. Und gehen jetzt zu dem anderen. Ist gerade Actually D gekommen. Kam man auch mit Dixie hier hoch. Wenn das jetzt nicht geht. Als ob. Okay, doch. Es geht. Boah, imagine. Das wäre nicht gegangen. Das wäre jetzt schon nicht so schön gewesen. Klar. Alle K und NG-Busamen und sogar fast alle Puzzleteile. Ich glaube, das letzte Puzzleteil ist wahrscheinlich irgendwo ganz am Schluss im Wasser. Aber das... Hier. Das stelle auch völlig... Ich hoffe, ihr versteht das auch. Aber wir haben jetzt die Wahl zwischen drei Leveln. Drei A. Spring dich durch. Ich glaube, mit drei A haben wir... Nee, nix falsch. Bei drei A klingt gut. Habe ich mir sagen lassen. Hallo? Jo, mein Mikrofon hat gerade einfach abgeschalten. Sorry, guys. Drei A klingt nach dem ersten... Wegen A, wollte ich sagen. Aber weil ich zu leise geredet habe, dachte mein Mikrofon, niemand redet mehr. Ah, da muss ich noch ein bisschen an den Einstellungen... Bisschen mehr arbeiten. So. Da bin ich auch schon. Tut mir leid. Da war ich jetzt ein bisschen zu konzentriert. Ähm, nee. Ich behalte Dixie mal. Ich weiß zwar nicht, was mich für ein Level erwartet. Aber in 80... In 90% der Fälle ist Dixie tatsächlich die bessere Wahl. So, was passiert hier? Hier sieht es aus, als würden wir irgendwo nach oben kommen. Nö. Boah, das war auch knapp. So. Okay, ich verstehe das Level-Prinzip. Wir sind hier auf so fahrbaren Dingern. Und die fahren halt. Oh, mein Mikrofon hängt gerade voll weird. Ich muss ein Stück nach da. So. Oh, da läuft die Zeit. Uff, uff, uff. Auf jeden Fall, by the way, guys, wie ihr schon sehen könnt. Und ein wunderbarer neuer Bonusraum. Ähm. Gibt's nicht viel zu zu sagen? Null. Ich glaube, ihr versteht das. Gimmick. Wir müssen halt immer auf die passenden Plattformen springen. Die halt raus und wieder reinfahren. Das macht Sinn. Das macht Sinn. So. Können wir uns jetzt weiter dem Level widmen. Kann jetzt mein Mikrofon mal wieder richtig... Mann. Das stört mich. Okay, okay. Wir aktivieren immer Sachen. Und Sachen. Jetzt wird's nervig. Jetzt wird's nervig. Ihr merkt schon. Jetzt wird's nicht so schön. Klach ist, meine Stimme hört sich dann auch immer anders an. Wahrscheinlich hört ihr das gar nicht, wenn ihr's auf dem Handy... Auf dem Handy hört ihr sowieso den Unterschied wahrscheinlich... Hört ihr den Unterschied sowieso wahrscheinlich gar nicht. Aber für Leute, die am PC sind, ein richtig krasses Headset aufhaben. Mit allem drum und dran. Hier 192.000 Hertz oder was weiß ich. Die haben dann halt den Vorteil. Die hören alles ein bisschen krasser. Aber die hören dann halt auch, wenn ich zwei Millimeter anders sitze. Vor meinem Mikrofon. Okay, jetzt müssen wir auf Zielscheiben werfen. Hm. Den will ich auch treffen. Nein. Bitte. Ja. War... War... Nee, komm. Ach nee, dann halt nicht. Hässliches. So. Oh, hier sind Bananen gespawnt. Okay. Erste Seite fertig. Oh, jawoll. Das gab kein... Äh, äh, äh... Gedönse? Kein Balloon? Das ist schade. Oh, lol. War gar nicht mein Ziel, das zu treffen. Aber ist ja auch schön. Eins, zwei... Ui, ui, ui. Muss ich hier hoch? Hier darf niemand mit Krawatte rein, weil sich hier das Puzzletail befindet. Ich glaube, wir mussten nicht hoch, aber wir sind... Das ist doch auch schön. Hier bekommen wir sogar ein leckeres Herz. Jetzt. Bumm. Let's go. Die Bananen einsammeln. Und mit diesen freundlichen Eulen kommen wir sogar hier hin. Das habe ich direkt gesehen. Das war zu auffällig. Das war zu auffällig. Da hat man ein bisschen... Hier. Finde es nicht gut, dass Donkey Kong sich alle zwei Sekunden umdreht. Hallo. Ey. Es ist so stupid. Es ist so stupid. Muss ich tun. Oh, jetzt fährt hier das Ziel entlang. So. So und so. Brauche ich das überhaupt eigentlich nicht. Man nimmt es aber trotzdem mit. So. Was gibt es hier für eine Coin? Oh. Oh. Lol. Ich wusste nicht, dass das geht. Legit. Ich wusste nicht, dass man die umwerfen kann. Oh, nee. Nee, nee, nee. Erstmal ihn hier. Ja, komm her. Ja, lecker, 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 lecker. Das ist aber nur für eine Coin. Okay. Oh, und damit bauen wir uns sozusagen eine Plattform. Oh, lol. Und hier, hier nicht. Hier fährt das sogar hin. Ich mag dieses Verknüpfte. Okay, okay, okay. Ich wollte nach unten. Hab's halt nicht geschafft. Cool. Okay. Fall jetzt hier einfach durch. Will den Buchstaben haben. Geh weg. Mag dich nicht sonderlich. Ich möchte ein Herz. Bob doch. Nein. Ein Herz. Ich hab ein einziges. Haben wir alle Puzzleteile? In Fachkreisen nennt man das hier das Ziel. Let's go. 14 Ballons. Das ist zu schön. Okay, guys. Aber. Wir sind schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Wenn euch das ganz gefallen hat, würde es mich mega freuen, wenn ihr natürlich einen Like da lasst und den Channel abonnieren, toontatet. Dann verpasst ihr nämlich keine zukünftigen Folgen mehr, so wie nämlich das nächste Level just in der Mitte. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Bis dann. Ciao, ciao, Leute. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.